Hallo und willkommen hier wieder zu einem Pokémon-Öffnung von Kosturso GX-Collection. Ja, ist schon ein bisschen älter, aber ein bisschen Nostalgie gehört da schon dazu. Und ich beöffne das einfach mal. Ich habe das einfach mal genommen, weil Kosturso ziemlich cool ist irgendwie. Ja, wenn das irgendwie aufgehen würde. Okay. Und öffnen. So. Da haben wir das jetzt mal. Kosturso GX. Okay, dann öffnen wir das auch noch. Hier haben wir die Kosturso Riesenkarte. Dann haben wir die wieder verbogene, naja so wie immer halt, Kosturso GX-Karte in Normalgröße, sag ich mal. Die Angriffe ist dicke Umarmung, die erste. Mit 80 Schaden. Das verteidige Pokémon kann sich während des nächsten Zuges deines Gegners nicht zurückziehen. Der zweite Angriff ist doppelter Einschlag mit 100 Mal. Man muss zwei Münzen werfen. Man muss zwei Münzen werfen. Und... Ach, hinten kann man das glaube ich auch lesen. Zwei Münzen werfen. Dieser Attaktik fügt 100 Mal den Kopf zu. Und großer Wurf GX lege das aktive Pokémon. Und das Gegner sind alle das angelegte Karten auf seinen Ablagestapel. Es ist ja nicht kampfunfähig, aber wenn es ein sehr nervenes Pokémon ist mit so viel Energie, dann einfach weg haben damit. Gut, dann haben wir hier vier Booster Packs. Zweimal... Also einmal hier XY Evolution. Einmal das Normale Sonne und Mond. Und zweimal Stunde der Wächter. Ich würde mal sagen, wir beginnen auch so gleich mit dieser Reihenfolge. Okay, dann... Erfangen wir das Ganze mal mit Evolution. So, und so. Drei, vier, zwei, so und so. Okay, dann haben wir hier mal einen Pikachu. Dann ein Dodo. Ein Ponyta. Ein Nidoran. Ein Arcani. Okay. Sehr schick. Dann ein Tausch. So, ein Safcon. Ein Trainer. Professor Eichs Tipp. Das ist nicht so. Oh, der Entzug endet. Okay. Das ist dann doch ein bisschen blöd, aber sonst gut. Ein Nirob. Dann ein Trainer. Rockos Durchhaltevermögen. Mhm. Und... Oh, das war's schon. Ich kenne mich da nicht aus bei den Evolution. Ist das wirklich schon so? Okay. Das war's. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Karten sind drin. Sollten 80 geworden sein? Ja. Gut, dann... Rocko. Du darfst hier sein. Die anderen Karten lege ich hier hin. Dann nehmen wir das Sonne- und Mond-Booster-Pack. Erfangen wir hier mal da schon. Sonne- und Mond. Dann... Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Dann... 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 So hin. Dann haben wir hier mal einen Yorclef. Ein Wingul. Ein Snubbel. Ein... Ein... Carnivanhaar. Ein Zubat. Eine... Kampfenergie. Ein Tausch wieder. Und jetzt ein besseres... Naja, ich will nicht sagen, besseres Design. Oh, ein Kuffer. Ist das niedlich. Ich muss mir hier mal Platz machen, kurz. Opsa. Na, da, da, da. Gut, ein Kuffer. Es ist wirklich niedlich. Mit Magenkrempler. Wenn dieses Pokémon ein aktives Pokémon ist und durch Schaden an Attacke deines Gegenskampfs umwegen wirkt, lege sechs Schaden auf das angreifende Pokémon. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Und Dauerrollen 30 Mal, wie solange eine Münze bis zum ersten Mal das Ergebnis zahlt kommt. Jetzt Attacke fügt 30 Schadenspunkte pro Kopf zu. Das geht auch. Für den Anfang eigentlich, dem ich finde ich gar nicht so schlecht. Das ist Kuffer. Gut, dann... Maxima Lazada. Ein Safkornvido. Und... Ein Fuegro. Feuertzahn und Dark Lariat. Okay. Den wir hier auf E-Growing. Dann kommt Stunde der Wächter. Zwei Boosterpacks haben wir noch. Ich hoffe, da ist was drinnen. Was mich auch positiv überrascht. So, okay. Ihr bekommt hier damals eine Stunde der Wächter. Online Code. Dann haben wir hier mal... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... Zapp, zapp. Ein Skorgler. Ein Nagelotz. Ein Schnäppke. Ein Gramworks. Ich glaube, dass... Die Kamera fokussiert heute nicht so gut. Ein Molung. Dann hier eine... Metallenergie. Ein Kosturso. Wie die Riesenkarte. Nur halt... Das ist ein Anlass mit Absahnenfähigkeit. Darf man drei Karten ziehen. Damals entwickelt und gefährlicher Schlag. Wenn das Gegner schafft, die für Pokémon ein Basis-Pokémon ist, macht 60 mehr Schuhe. Also 120 Schaden. Ist nicht so schlecht eigentlich. Dann Plätscherhügel. Dann noch ein Viscagott. Ein Schwalbos. Und... Ein... Dresselor. Mit Blütenwirbel. Blättertanz. Okay. Auch nicht so brickelnd. Ich hätte mir mehr erwartet. Aber ein... Booster-Pack haben wir noch. Hm. Hoffentlich ist da was Gutes dabei. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Gut. Dann haben wir hier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Tadadab. Mit einem Macholo beginnen wir. Einen Alola Kleinstein. Einen Pampoli. Sehr fröhlich. Alola Sandern. Dieser kleine, dicke... Schneekugelartiges Sandern. Waumball. Und der Regen. Dann noch eine Finsternis-Energie. Einen Spezialhammer. Einen Mammolida. Okay. Einen Castella. Castella ist nicht so. Okay. Dann noch ein Nasknet. Und dahinter verbirgt sich... Ein Lusardin GX. Na immerhin, jetzt endlich doch was Gutes gezogen. Er ist natürlich ein Basis-Pokémon. Auch wenn es nicht so ausschaut. Ich meine, die NCC-Schwarmformation. Dann die... Das richtige, normale Lusardin. Dann mit der... Mit der Attacke Aquaknarrä 20. Dann... Dreimal was, dann zweimal irgendwas. Reißender Strudel. Mit 120 Schaden. Lege eine Spezial-Energie von Aktiv-Pokémon. Das geht jetzt auf den Ablagestapel. Okay. Eman ist dann immerhin 210 Kp. Und blaue Flu GX. Braucht genauso viel. Mit 220. Und verursache... Was verschiebe alle Energie von diesem Pokémon. Beliebig auf die Pokémon auf deiner Bank an. Das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Das letzte Plus-Objekt mit deiner GX-Karte zum Glück. Ich habe schon schlechte Befürchtungen gehabt. Aber immerhin... Doch noch was Gutes dahergekommen. Und... Ja... Daraufhin bekommt ihr einfach nochmal einen Online-Code. Und zwar... Nochmal eine Stunde der Wächter. Online-Code. So... Dann schauen wir uns einfach mal an, was wir da jetzt alles gezogen haben. Machen wir es so, dass es ein bisschen fröhlicher ist. Dann Kursuser GX hatten wir hier mal. Die Promokarte. Nicht schlecht eigentlich. Kann man ja überall spielen. Am besten ist es mit doppelten Energie, den aufzuwerten. Und mit doppelter Einschlag dann auch den Gegner. Zwei im Kopf einfach machen. Das ist durchaus möglich. Dann Dressella. Blütenwirbel und Blättertanz. Ist jetzt nicht so besonders. Fuegro. Fast 2. Ist auch nicht so besonders für die Attacken, was er kann. Dann noch hier eine wunderschöne Trainerkarte. Rohkost-Durchhaltevermögen. Mische eine billige Kombination aus 6 Pokémon und Basis-Energie-Karten. Von einer Ablage-Staffel zu Kindern-Deck. Das ist jetzt auch nicht so schlecht eigentlich. Und natürlich hier Lusardin GX. Mit Akkuknarre reißender Strudel. Blaue Flut GX. Das ist ja doch immerhin mal was. Schön. Sehr schön. Okay. Das war es auch wieder. Schreibt in den Kommentaren, was ihr sehen wollt. Was euch gefallen hat. Und... Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Pokémon... Unboxing oder... Pokémon Online oder sonstiges. Musik 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 Musik